Musik Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir das neue Sprechstum testen haben dürfen vorab. Als Resümee kann man sagen, die waren sehr zufrieden. Wir haben da sehr tolle Ergebnisse erzählt. Die Mitarbeiter haben schon gesagt, abgeholt darf das nicht mehr werden. Also es wird mir nicht viel anders übrig bleiben, als das Gerät zu kaufen und dann auch zu verwenden, weil die Erfolge waren wirklich sehr gut in letzter Zeit. Musik Das alte Spektrometer ist in der Funktionalität schon sehr gut gewesen. Das Handling vom neuen Gerät ist sehr einfach. Das Software wird wesentlich genauer. Und die Datenbank, auf die es zurückgreift, ist auch dementsprechend verfeinert. Korrigiert automatisch schon die Farbteile im Programm. Ja, ich muss sagen, ein Schritt in die richtige Richtung. Und die Zukunft ist ja Spectro-only. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020